Schönen guten Tag, wir sollten heute mal über das Tampon sprechen. Und warum wir das tun sollten, weil ca. 80 bis 96% aller menstruierenden Menschen das Tampon als Menstruationshygieneartikel benutzen. Menstruationshygieneartikel, MHA abgekürzt, gibt es mittlerweile eine Hülle und Fülle auf dem Markt. Es gibt mutmaßlich nachhaltige Alternativen, es gibt Bioprodukte, es gibt immer noch die synthetischen hergestellten Einweg- oder Wegwerfartikel. Und wir möchten heute mal so das beliebteste MHA besprechen, das Tampon. Und vorab müssen wir sagen, es geht jetzt wirklich nur um die synthetisch hergestellten Einwegartikel, also Wegwerfartikel. Es geht noch nicht um die Baumwoll- oder auch Tuchtampons aus Bio-Baumwolle etc. Es geht wirklich jetzt erstmal nur um das klassische Tampon von früher, was synthetisch hergestellt wird. Da scheint es ja offensichtlich viele Vorteile zu geben, weil sonst würden es nicht so viele Frauen benutzen. Jedenfalls hier in europäischen Gefilden. Gibt es aber auch Nachteile? Klassische Lehrerfrage. Ja, die gibt es. Und die Nachteile sind gar nicht so offensichtlich. Denn viele Nachteile sind mittlerweile eigentlich mehr oder weniger eine Art Mythos von früher. Aber es gibt Nachteile, die nicht so auf der Hand liegen, die aber extrem störend sein können. Lasst uns aber erstmal die Vorteile grob beleuchten. Denn es scheint sie ja zu geben. Sonst würden es nicht so viele Frauen benutzen. Ja, es ist relativ flexibel einsetzbar. Es ist relativ klein. Man kann es überall hin mitnehmen. Man kann damit Sport machen. Man kann damit schwimmen gehen. Es ist sicher von der Saugfähigkeit, das heißt Problemchen bzw. Fauxpas, dass dann doch ein bisschen Blut daneben läuft, gibt es mit dem Tampon eigentlich so gut wie nie. Es ist auch relativ schnell und unkompliziert entsorgt, denn es ist ja ein Wegwerfprodukt. Und somit sind das schon viele Vorteile, die auf der Hand liegen. Über den Kostenfaktor lässt sich streiten. Natürlich sind die als Einwegprodukt relativ teuer, auch wenn unsere Politik gesagt hat, oh, Mehrwertsteuer machen wir mal ein bisschen weniger. Es ist ein Politikum und weiterhin unbegreiflich wie etwas, was ja unabwendbar ist, trotzdem mehrwertsteuerpflichtig etc. ist. Egal, anderes Thema. Und dann kommen wir langsam nach den ganzen Vorteilen auch so ein Stück weit zu den Nachteilen. Da gibt es Nachteile, die sich seit Jahren eigentlich wacker halten, aber die so nicht mehr ganz zutreffend sind, wenn man ehrlich sein möchte. Und vorher müssen wir aber ein Stück weit ausholen, worum es bei diesen mutmaßlichen Nachteilen eigentlich geht. Wenn ihr die Vagina euch vorstellt eben als eine 15, 16 Zentimeter lange Röhre, die aber von einer Vaginalschleimhaut ausgekleidet ist, die wahnsinnig gefältelt ist. Und wenn man die glatt ziehen würde und ausklappen würde, ist das eine riesige Oberfläche, die auch noch wahnsinnig gut durchblutet ist. Und diese riesige Oberfläche, die gut durchblutet ist, ist also auch ein riesiges Organ, was Stoffe aufnehmen und absondern kann. Und da hat man früher, 2007, das ist noch nicht so lange her, bei Stiftung Warentest gesehen, dass die Mehrzahl an dieser Tampons und vor allem auch dieses Rückholfadens mit Stoffen versehen ist, die potenziell sogar krebserregend ist. Vom Aldehyd, Dioxin, Glyphosphat sind alles potenziell krebserregende Stoffe. Und 2007 sind viele Tampons durchgefallen, weil die in einer erhöhten Konzentration nachweisbar waren. Und da muss man zugeben, haben die Hersteller auch reagiert. Und zwar haben sie diese krebserregenden Stoffe so weit reduziert, dass selbst Stiftung Warentest gesagt hat, 99% der Tampons, die haben wir durchgewunken. 1% ist durchgefallen. Aber diese krebserregenden Stoffe sind noch vorhanden, aber in so geringen Mengen, dass sie eben nicht mehr für den menschlichen Körper gefährlich sind. Dieser alte Mythos, dass eben Tampons sehr gefährlich sind, den muss man ein bisschen revidieren. Und dann haben wir den Nachteil, der oft auch aufgeführt wird, des Toxic-Schock-Syndroms. Potenziell lebensbedrohliche Erkrankung. Selbst in der Klinik des Öfteren erlebt, das Toxic-Schock-Syndrom ist ein absoluter, grande Notfall. Also da müssen alle wirklich reagieren und funktionieren. Problem ist, dass sich an Fremdkörpern Bakterien heften können, die wiederum Toxine, also Giftstoffe ausschütten, die eine Blutvergiftung auslösen können. Und früher war das Tampon so der erste Quell dieser Erkrankung. Mittlerweile hat man gesehen, ja, das Tampon macht das zwar, aber auch andere Gegenstände, auch die Menstruationstasse, können ein Toxic-Schock-Syndrom auslösen. Und auch unabhängig von der Vagina, alle Stoffe, die irgendwo nicht in den Körper gehören, können eben Bildungsort dieser Bakterien sein. Und die Toxine können eine Blutvergiftung machen. Und das Toxic-Schock-Syndrom ist somit nicht nur tamponabhängig und ist auch relativ selten geworden. Gott sei Dank, muss man sagen. Es gibt noch die Fälle von Toxic-Schock, aber sie sind nicht mehr so oft, wie es vor wenigen Jahren. Das Einführen und Entfernen mit der bloßen Hand führt zu öfteren Vaginalinfekten durch eine Keimverschleppung. Auch oft genanntes Argument gegen Tampons, was man aber auch ein Stück weit relativieren muss, auch dank Aufklärungsarbeiten, weil mittlerweile sehr viel mit sauberen Händen gearbeitet wird. Es ist, glaube ich, eine Selbstverständlichkeit, wenn man in sich hineingreift, dass man vorher seine Hände gewaschen hat, im besten Fall. Und deswegen ist diese Keimverschleppung auch zu relativieren. Ja, das hört sich jetzt alles so an, als ob es ja nur Vorteile gäbe. Nee, es gibt wirklich auch Nachteile. Und ein großer ökologischer Nachteil, muss man einfach sagen, ist eine unglaubliche Menge an Müll. Denn so ein Tampon ist bei den synthetisch Hergestellten natürlich auch nochmal eingeschweißt in Plastik. Es sind Einwegartikel, es sind Quellkörper. Aber das heißt, wir haben wirklich eine riesige, riesige Menge an Müll, der produziert wird und der auch Ressourcen verbraucht. Durch die Aufarbeitung eben dieses Abfalls muss es auch Energie geben. Und diese Energie geht eben auch zu Lasten der Natur. Wer aber jetzt glaubt, die Menstruationstasse zum Beispiel wäre absolut ökologisch der Hit, und da muss man auch ein kleines Fragzeichen dran machen. Denn es gibt ja überhaupt noch keine Studien zu einer Ökobilanz. Und die ersten Ansätze, wo man überlegt, ist denn die Menstruationstasse zum Beispiel, weil die kauft man sich ja für längere Jahre von dem Energielevel her viel günstiger als ein Tampon, muss man auch überlegen, diese Menstruationstasse wird ja auch oft ausgespült, ausgekocht, das verbraucht Energie, Wasser, Wärme. Also auch da gibt es noch nicht die klaren Definitionen, dass man sagen kann, die Menstruationstasse hat absolute Vorteile, was die Ökobilanz angeht. Ist aber nochmal ein anderes Thema, weil dann würden wir ja über die Menstruationstasse sprechen. Und hier wieder der große Appell, wenn euch das interessiert, ich lege gerne alle MHAs mal auf den Prüfstand und gucke, wie gut ist dieses oder jenes MHA eigentlich. Und jetzt kommen wir zu einem riesigen, riesigen Nachteil, den viele Frauen so gar nicht auf dem Schirm haben. Und das ist dieser Saugfaktor der Tampons. Ja, sie sind sehr sicher, weil sie eine sehr, sehr große Saugwirkung haben. Sie entfernen Blut und Bestandteile eben aus der Gebärmutter, sehr solide. Aber sie entfernen genauso die für die Vaginalschleimhaut essentiellen Feuchtigkeitsfilme und auch diese Lactobacillen, also die Bakterien, die für das saure Milieu in der Vaginalschleimhaut zuständig sind. Man nimmt also über drei, vier, fünf Tage der Vaginalschleimhaut alles weg, was sie eigentlich braucht, um zu florieren, um intakt zu sein, um keine Probleme zu machen. Dazu kommt, dass durch den hormonellen Umschwung am Ende der Periode Östrogen und FSH und die anderen Hormone eh schon relativ im Keller sind und so diese Drüsen auch nicht ankurbeln können, die zur Befeuchtung beitragen. Deswegen haben tendenziell Frauen nach der Periode, die ersten 1, 2, 3 Tage, eh schon ein trockenes, raues, rissiges Gefühl und haben das Gefühl, sie brüten da schon etwas aus und dann bessert sich das aber wieder im Verlauf, weil die Hormone eben wieder arbeiten und zur Befeuchtung beitragen. Dazu kommt jetzt, wenn man Tamponbenutzerin ist, dass man diese Schleimhaut auch noch zusätzlich ausgetrocknet hat. Viele Frauen haben also ein unglaublich rissiges, trockenes Gefühl, haben sehr viel mit Vaginalinfekten zu tun, wissen überhaupt nicht so richtig, woran es liegt. Das Entfernen und Einführen tut extremst weh, gerade in den letzten 1, 2 Tagen, wo wirklich nur noch ganz leichte Blutungen vonstatten geht. Und das ist ein riesiger Nachteil, weil wir einfach dieses ganze vaginale Mikrobiom komplett zerstören und der Körper braucht relativ lange, um das wiederherzustellen. Er schafft das in den meisten Fällen. Viele Frauen merken davon auch gar nicht so viel, aber es gibt genug Frauen, die immer wieder Probleme haben nach der Periode. Und bei all den Vorteilen, das ist der absolute Nachteil, dass man eben unmerklich seine Schleimhaut zerstört. Was soll man da jetzt machen als Frau? Das ist natürlich die große Frage, die im Raum steht und die so pauschal gar nicht zu beantworten ist. Ich habe schon erwähnt, es gibt ja massive, viele Alternativen zu dem Tampon. Und ein grundlegender Ansatz ist auch zu gucken, brauche ich denn nur einen Tampon? Oder kann ich es vielleicht auch kombinieren? Reicht mir vielleicht in den letzten 3 Tagen eine Baumwollslip-Einlage oder Periodenunterwäsche? Kann ich es mir also so kombinieren, dass ich ökologisch von der Bilanz okay bin und vielleicht an den ersten 1-2 Tagen sicher bin? Arbeite ich vielleicht doch lieber mit der Menstruationstasse und mit Periodenunterwäsche? Also da muss jede Frau für sich so ein bisschen ihren Weg finden. Und ich würde furchtbar gerne mit euch über Alternativen sprechen. Wenn das gewollt ist, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Sagt, ja, sprich mal über die Menstruationstasse, die Periodenunterwäsche, das Soft-Tampon, den Schwamm, was auch immer. Ich spreche da gerne drüber. Und nehme die auch mal auf den Prüfstand. Ja, auch die haben ihre Nachteile. Und ja, auch die haben ihre Vorteile. Und deswegen ist das ein sehr spannendes Thema. Ich wünsche euch einen schönen Tag und viel Spaß beim Überdenken der Menstruationshygieneartikel. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Viel Spaß, bis dann. Ciao.